Oh, hallo und Damen und herzlich willkommen zurück zu Kirby Triple Deluxe oder auch Dreifach-Luxus. Ja, wir machen weiter mit Level 3, weil wir in den letzten Part Level 1 und Level 2 aus Lolliland abgeschlossen haben. Und wir sehen hier schon eine Hand. Okay, er ist im Hintergrund. Wieso weicht der aus? Hä? Wow! Der kommt nach vorne. Kann ich da ranziehen? Geil. So weicht der so komisch aus. Warte mal. Wo ist der? Nehmen wir mal den. Oh, ich bin ein Ninja. Ein Ninja. Woo! Hier gibt es wieder drei Sonnenstern-Dinger. Genau, da muss ich aufpassen. Das kennt man aus dem Trailer. Diese Hände sind mir nicht freundlich gesonnen. Gesonnen. Mein Gott. Mein Deutsch ist gerade kaputt. Warte. Was? Hat er sich gerade abgestützt oder so? Geil. Wie geil ist das denn? Like a Ninja. Und was kann ich so machen? So schön das? Rauch. Ich bin gar nicht da. Ich bin ein Ninja. Woo! Ey! Hier will ich aufpassen. Ich will nicht von diesen Händen erwischt werden, ey. Wow! Ich hole mein Katana raus, ja? Bam! Wie komme ich da in den Hintergrund? Wo haben wir sie da? Hier! Warte, hier warte ich lieber. Oh, oh! Lucky! Ich bin ein Ninja! Der Kirby Ninja! Komm ich da auch irgendwie hin? Sieht nicht so aus. Schade. Ach, da vorne muss ich hin. Warte mal. Hm-hm. Kann ich einfach da vorne so an der Wand chillen? Auch cool. Ich wollte eigentlich nach oben. Verdammt. Ich wollte nicht direkt rein. Ich drücke immer nach oben. Das ist voll mein Fehler irgendwie. Was ist das denn? Wie geil! Bleibt der, bleibt der oder geht der nach der Zeit weg? Ich schätze mal, der wird nach der Zeit weggehen. Stirb! Werdet alle sterben! Ich bin Kirby! Mit der Kanonenmütze oder so. BAM! BAM! So! Da! Friss das! Friss! Friss! Oh, oh! Meine Fähigkeit! Wir will beides haben hier. Das geht ja gar nicht ohne. Da haben wir schon mal einen. Ne, weiter kann ich nicht. Jetzt ist auch langsam. Ah, sie ist also doch zeitlich begrenzt. No! Welcher ist es? Welcher ist es? Ich will wissen, welcher es ist. Bitte sagt mir nicht, dass es zwei ist. Eins! Es ist eins. Perfekt. Wir liegen wieder mal. Gut. Ganz gut. Dazu perfekt. Warte. Ich sollte ihn, glaube ich, wieder absetzen. Wirklich. Der explodiert mir wahrscheinlich sonst. Warte, was? Hab ich das gerade richtig gesehen? Shuriken! Na gut, wir sind hier gerade nicht bei Naruto. Ey! BAM! Stirb! Ich habe meine Shuriken dabei, ja? So. Oh ne, diese Hände! Ich habe irgendwie Angst immer bei den Händen. Die sind mir nicht ganz geheuer. Können wir die irgendwie abschalten? Warte. BAM! Ich bin sicher. Da bin ich mir... Ich bin bei diesen Händen immer unsicher. Aber ich habe es überstanden. Weil hier war keine... Kein Sonnenstein, Stern. Genau. BAM! Das ist halt so style, ey. Self-Destruction? Wohin? Wohin? Da? Sag mir, dass es richtig ist. Das reicht aus. Gut. BAM! BAM! Hier kann ich wieder hoch. BAM! Bin eh ein Ninja. Ich wäre so oder so wieder hochgekommen. So. Was haben wir hier? Ein One-Up. So. Zack. Und zack. Und zack. Warte. Ich weiß gar nicht, wie rum ich das machen muss. Erst B oder... Nein. Zur Seite und dann... Doppelt zur Seite. Okay, ich weiß Bescheid. Doppelt zur Seite und dann... Zack! Schon wieder so ein Ding. Guck erstmal nach... Boah, ich wollte es doch erst nachgucken. Wow, ich muss in den Hintergrund! Schnell! Okay, das reicht aus. Locker, locker. Flöckig. Easy! Warte, das machen wir jetzt cool. BAM! Hi! Das ist der Zweite. Gut. Fehlt uns noch einer. BAM! 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 Warte, war da oben noch was? Außer... Nee. Komm mir mal so vor, als wenn ich was übersehen würde, ey, aber... Bis jetzt haben wir das noch nicht, zum Glück. Außer einmal, aber das war eigene Dummeheit. Ähm... Ja. So. Geh mal hoch. Da was? Nein. Gut, dann... Ja. Ninja. BAM! Sorry, Mietze-Katze. Geht nicht anders. Warte, das geht jetzt auch vielleicht schlecht runter. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Wow! Hilfe! Hilfe! Katsching! Oh, oh, oh! Oh! Haha, perfekt. Ist da oben noch was? Hm. Oh, oh. Muss hier hin. Nein, der... Sess... 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 Nein! Nein! Nee, ey! Ehrlich nicht! Das kann nicht wahr sein! Scheiße! Das bedeutet, wir kriegen jetzt wahrscheinlich den zweiten Sonnen... Stern... Stern... Stein nicht! Scheiße! Das kann nicht wahr sein! Nein! Äh, was heißt den zweiten? Den dritten! Scheiße! Nee, den kriegen wir nicht! Werde ich dann gleich nachholen! So, machen wir das so! Schuriken! Fickst mich nicht! So, das war's! Hä? Komm schon, geh down! Geht doch! Na gut, das werde ich dann gleich nachholen müssen! Leider Gottes! Aber was willst du tun? Ach, schade! Das Bonus-Spiel auch noch verkackt! Gerade so! Mein Gott! Yay! Okay, wir haben Laserball! Cool! Eww! Okay, wir sehen uns dann gleich wieder! Wenn ich an der Stelle bin, wo wir vorhin verkackt haben, wo ich den Schlüssel einfach nicht eingesammelt habe! Wir sehen uns dann gleich wieder! Bis gleich! Hi! Ganz kurz! Das habe ich auch übersehen scheinbar! Hier gibt es noch einen Anhänger! Wollte ich dann auch mal mitnehmen! Und wir sehen uns dann gleich wieder an der anderen Stelle! Bis gleich! Okay, da bin ich wieder! Ich habe jetzt den Schlüssel hier gekreilt! Und wir haben ihn mit dem Schlüssel überstanden! Und jetzt öffnen wir endlich mal die Tür hier! Und holen uns die Maxi-Tomate! So, jetzt sollten wir auch den letzten... Ja, da ist er! Boom! Da haben wir ihn! Da haben wir ihn! Da haben wir ihn! Den wollte ich haben! So! Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder den Bossgegner besiegen! Aber wir haben ja unsere Ninja-Fähigkeit! Aber wir haben ja unsere Ninja-Fähigkeit! Das ist ja... Ganz einfach! Esse ich den auf... Und behalte das da! Bisschen Eiscreme! Ist ja noch nicht ganz Sommer! Deswegen kann ich den noch ein bisschen behalten! Die schmilzt auch garantiert nicht! So! Komm her! Vergiss es! So! Das war's! Der Gegner ist ein bisschen zu einfach mit der Ninja-Fähigkeit! Ich habe das Gefühl, die ist ein bisschen... Krass stark! Diese Fähigkeit! Und... Ja! Bonusspiel wollen wir auch nochmal gleich machen dann, ne? Okay! Diesmal ein bisschen besser! Nicht ganz gut, aber... Viel besser schon auf jeden Fall als vorhin! Auf die 2 gelandet! Das ist auch ganz nett! Da-da-da-da-da-da! Bam! So muss das! Du erhältst den... Rollen-Yet-Glücksbringer! Okay! Eww! Haben wir das! Dann wollen wir jetzt direkt mal weitermachen mit Level 4! Los geht's! Ei! So! Ich bleib bei der Ninja-Fähigkeit! Die ist nämlich am coolsten! Haha! Finde ich bis jetzt! Bam! Circus-Level! Ey! Leg dich nicht mit Ninja-Kirby an! Er ist ein Ninja! Woo! Okay! Das habe ich jetzt selbst nicht kommen sehen! Ach! Ich kann mich ja auch schützen! Oh-oh! Nein! Meine Ninja-Fähigkeit! Dann hole ich mir die Bomber-Fähigkeit! Oh-oh! Dann hole ich mir die Bomber-Fähigkeit! Falls es die gibt! Muss es ja! Bam! Ich zerbombe hier alles, ey! Ich lauf Amok! Bam! 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 Friss das! Ey! Diese Fähigkeit ist eigentlich richtig nützlich! Zumindest im letzten Level wäre sich das gewesen! Ey! Wow! Zwei Mal falle ich nicht auf denselben Fehler rein! Warte mal! Durch welchen gehe ich jetzt? Ich würde immer fast zu dem tendieren, der weiter hinten liegt! Ich geh mal hier rein! Und wenn nicht, dann werde ich das auch wieder nachholen müssen! Wow! Nein! Meine Fähigkeit! Ich darf meine Fähigkeit nicht mitnehmen! So! Wir sehen es alles hinten im Spiegel! Was sich hier wirklich zuträgt! Warte so! Hier war ja gar nichts! Hätte ich vielleicht doch durch die andere gehen sollen? Bumm! Kann ich die aufsaugen? Tatsache! So! Kein Ding für den King! Wow! Was haben wir denn hier oben Schönes? So! Niemand legt sich mit Kirby an ey! Das ist auch nichts! Es wirkt so leer hier! Ach! Die Fähigkeit kriegt man da so wieder! Jetzt ist wieder die Frage, durch welchen gehe ich? Ich geh mal vorne jetzt! Ach! Ach! Der andere wäre wahrscheinlich auch eine Falle gewesen! Clever! Also habe ich überhaupt nichts verpasst! Denke ich jetzt mal einfach! What? Bleibst du stehen? Ach! Der ist da hinten! Im Hintergrund! Das macht natürlich Sinn! Ich bin eigentlich Clown! Kann Zirkussachen machen! Wow! Ich muss mich beeilen, denke ich mal! Das andere macht keinen Sinn! Muss in den Hintergrund! Los! Oh! Hallo! Danke! Wollte grad sagen! Nimm den mit! Ich glaube nämlich ohne den Schlüssel! Genau! Hier! Den wollte ich haben! Ist das der Erste? Sag mal es ist der Erste! Perfekt! Was? Hahaha! Wie geil! Wie genial, ey! Diese Fähigkeit! Die Fähigkeit ist auch cool! Ich glaube hier ist nichts mehr, ne? Vor allem wir haben ja auch gerade einen eingesammelt, aber hier kann es weiter sein! Ähm! Einer ist wieder fake! Der ist fake! Der ist richtig! Okay! Da hinten ist wieder einer! Den will ich haben! Den kriege ich auch! Frage ist nur wie! Was? Ich bin falsch gegangen! Kann das? Nein! Ich bin falsch gegangen! Bam! Soll das hier ein Rätsel jetzt werden da vorne? Hä? Verstehe ich grad nicht! Das ist ein Wirrwarr! Und vor allem, ich würde gerne die Dings wieder haben! Wow! Ach! Sieh an! Da will ich nicht hin! So! Kannst mich mal! Komm ich da unten irgendwie hin? Komm ich da unten hin? Wahrscheinlich weiter vorne! Hä? Jetzt so meine Vermutung! Wahrscheinlich hier runter? Genau! Ah nein! Das sind die Viecher! Aua! Aua! Das hat weh! Das hat mein Herz zutiefst verletzt! Warte! Da sind doch auch welche! Möglichst mittig halt! Aua! So viel dazu! Ist das der Zweite? Ich glaube nicht, ne? Wir haben gerade einen übersehen! Ja! Es war klar! Weil ich durch das falsche Tor gegangen bin! Besichtsweise den falschen Warp-Stern genutzt hatte! Schade! Ich werde das Level nachholen müssen wieder quasi! Ein Stück weit! Zumindest! Es ist wieder dasselbe hier! So! So! Bam 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 bam! Aua! Tut nicht weh! Es sah nur so aus! Was das? Darauf kriegt ihr einen Luftballon! Und noch mehr! Bam! Das war Meta Knight gerade! Hilfe! Die verfolgen mich! Ich hätte die Schokolade noch essen können! Bonus-Spiel! Oh! Perfekt! Bam! Bam! Nice! Wir müssen aber gleich auf jeden Fall diese... Den Sonnenstern... Nein! Wieso sag ich mal Sonnenstern? Sonnen-Stein! Mann! Nachholen! Und ja! Du erhältst cooler Spuk! Und... Boxing! Und... Gabon! Nice! Hi! Wir brauchen sechs Sonnensteine... Um den Boss freizuschalten! Der sieht aus wie Meta Knight, oder? Das ist mir so vor! Ich hab... Wie gesagt... Nie wirklich das gestockt! Ich hab nur mal... Ne, der sieht nicht aus! Nein! Meta Knight sieht ein bisschen anders aus! Also ähnlich! So! Ich mach dann eben kurz den Sonnenstein hier nochmal nach! Und das werde ich euch auch wieder reinschneiden! Und ich würde sagen... Wir sehen uns dann gleich wieder! So! Da sind wir wieder! Und zwar an dieser Stelle! Aua! Ich hab keinen Power-up! Ich weiß gar nicht, welche alle fake jetzt sind, ey! Ah! Der Ninja! Wir sind wieder Ninja! Gut! Kann ich auch mit leben! Okay, der ist fake! Der ist fake! Der ist auch fake! Der ist fake! Der ist wahrscheinlich auch fake! Bam! So, ich erstmal das Eis... Also ist nur der richtig! Gut! Also lag der Fehler hier! Wir dürfen den nicht benutzen! Aber wir können nur den benutzen! Hä? Verstehe ich gerade nicht! Also muss ich da hinten doch was machen können? Die Frage ist... Was? Gut! Ähm... Hm... Jetzt frage ich mich echt, was ich machen muss! Also ich muss hier hin! Anders geht's schon gar nicht! Aber hier kann ich nichts machen! Hm... Ich kann nur hier durchgehen! Von hier aus irgendwas? Ist da was? Hä? Bin ich jetzt durchgegangen? Ha! So geht das! Haben wir das auch! Na gut! Wir sehen uns dann denke ich mal am Ende des Levels gleich wieder! Weil... Ja... Es macht keinen Sinn euch hier alles nochmal jetzt zu zeigen! Hier vorne das Loch ey! Das ist schon ein bisschen gemein! Na egal! Äh... Wir sehen uns dann am Ende des Levels wieder! Beziehungsweise... Ja... Genau! Bis dann Bescheid! Bis gleich! So... Jetzt sind wir wieder am Ende des Levels! Das wollen wir doch irgendwie abschließen noch! Am besten mit Schokolade! Und Donut! Weil wir ein bisschen Energie verloren hatten gerade noch! Aber gut! Abgeschlossen ist abgeschlossen! Und wir spielen noch einmal das Bonusspiel! Na... Wieder nicht ganz perfekt! Aber ich glaube auf die zwei dürfte es reichen! Perfekt! So! Was kriegen wir wieder schönes? Bam! Und einiges zu essen! Oh ja! So werden wir da voll geheilt! Perfekt! Du erhältst den Knuckle Joe Glücksbringer! Yay! Haben wir noch einen Glücksbringer! Hi! Und jetzt müssten wir das Bonus Level! Genau! Da haben wir es doch! So! Da haben wir das Bonus Level! Du hast 13 Sonnsteine gefunden! Und ein Level geöffnet! Yay! Ich würde sagen! Das machen wir dann im nächsten Part! Genauso wie den Bo... äh... dem Boss! Und ja! Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part! Wie gesagt! Und wenn euch dieser Part gefallen hat! Dann gebt einen Daumen hoch! Schreibt einen Kommentar! Dieses Ananas! Hau da rein! Bis dann! Und... Ciao!